Jo Leute, was geht zum neuen Video? Ich weiß, lange kein Video mehr gebracht. Vier Wochen oder sowas, ja. Wir sind gerade bei den Kollegen hier zu Hause. Und wir haben hier gerade ein freshes Trampolin. Es ist ultra kalt, wirklich, wirklich, ultra, wirklich, wirklich, wirklich. Wie oft willst du noch wirklich sagen? Es ist wirklich richtig kalt, aber nass auch. Aber wir haben hier trotzdem mal eine kleine Session. Ich fühle mich so dumm, dass ich so lange kein Video gemacht habe. Ehrlich, auf jeden Fall. Danke erstmal. Ich habe bis 2000 Abonnenten noch kein Video mehr gemacht. Also danke erstmal für die 2000 Abonnenten. Freut mich echt mega. Und wir haben hier erstmal eine kleine Session auf dem Trampolin hier. Und ich würde sagen, ich filme davon mal ein bisschen mit, weil ich richtig Bock darauf habe. Henry wird auch gleich nochmal ein Video drehen, zu sein. NMDs. Let's go. Was machen die da, Mann? Was jetzt? Was willst du jetzt machen mit den Schuhen? Hä? Was willst du machen mit den Schuhen? Digga, ich drehe ein Video, wie ich die mit Crap Protect riecht sauber mache. Also ob es funktioniert. Mal gucken. Crap Protect ist irgendwie so ein Schuhzeug, dass die Schuhe sauber machen sollen. Es ist so laut, ne? Bist du baust? Ey. Es ist so... Oh, ey. Es ist so laut vor allem. Vor allem, wie viel Trampoline hast du hier? Warum hat man so viele? Weiß ich nicht. Hat sich so angesammelt. Über die Zeit. Ey. Vier Trampolins. Ich mach mal was. Alle wollen hier raus, aber keiner will was wagen. Alle wollen hier raus, aber keiner will was wagen. Alle wollen hier raus, aber keiner will was wagen. Alle... Oh, das wollte ich nicht mal. Das war außer Sehen. Alle wollen hier raus, aber keiner will was wagen. Ey, das ist doch nie. Mach dir keine Sorgen, wir sind nur zu zweit. Alle wollen hier raus, aber keiner will was wagen. Mach dir keine Sorgen, wir sind nur zu zweit Alle wollen hier raus, aber keiner will was machen Mach dir keine Sorgen, wir morgen, wir sind bereit Mach dir keine Sorgen, wir morgen, wir haben Zeit Keine Sorgen, wir morgen, wir haben Mach dir keine Sorgen, wir morgen, wir haben Zeit Mach dir keine Sorgen Ich kann nicht mehr, es ist so halbestrengend Wirklich, kann man sich nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin, Dass ich nach zig Jahren wieder ein Video drehe Alter, wir fliegen nach England Ich bin ein bisschen krank Wir fliegen nach, Junge, ich vlogge Wir fliegen nach England und werden ja Roller fahren Für die Leute, die es nicht wissen Checkt es ab Ey, das ist doch voll sketchy live Geht voll, das ist so ultra nass, man Alter, ich dachte mir, Kopf gegen die Kante Ich hab's auch gesehen Echt? Man hat hier einfach so ein Fell, einfach so ein natürliches Emse Nicht, dass die Kamera gleich umfällt von der Montau Pizzaschneider-Profi Und die lassen sich wirklich richtig stumm schneiden Kann man das, Junge? Ja, also perfekt ist es nicht, aber man kennt es halt nicht alles von mir So, Leute Ich kann mir jetzt mit Ich weiß gar nicht, warum diese Flasche hier hast, den, aber Und danke für das Loch in der Decke Danke Junge, was machst du hier so lang, Junge? Junge, was machst du da? Ey, der ist Soldat, Manni Komm, Soldat Ey, jetzt mit so einem Grauen, was macht der da? Junge, Alter Richtig under cover hier Scheiße, ist immer noch nicht richtig Besser War schon irgendwie witzig, der Übergang, oder? Wir haben jetzt noch einen Böller von Silvester Und weil wir halt so coole Kinder sind, machen wir die jetzt erstmal an Scheiße, wird so laut, nehm, haltet ihr die Ohren zu Ey, das war richtig laut, Manni Nein Oh, du bist so ein Lappen Kann man das hier irgendwie wiederholen? Oh, Henry, du tust mir so leid, ne? Oh, du tust mir nicht leid Vor allem, wie habe ich es gelöscht? Was hast du gemacht? Keine Ahnung, ich glaube, du bist einfach drauf gekommen So, wir sind jetzt zufällig in die Halle gefahren Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht irgendwie geclaimed wegen der Musik Aber wir sind hier gerade in der Skate-Halle Wir gönnen uns jetzt eine kleine Fumpit-Session Ja Haben sich natürlich versteckt, weil sie Angst vor mir haben Na hier, Alex Na, na Brake Könnt ihr euch eigentlich mal vorstellen, wie wir mal hier gepennt haben? Wir haben hier mal eine ganze Nacht übernachtet Ne, den ganzen Tag übernachtet Weißt du, Junge, Alter Ey, es war so heiß, das kann man sich nicht vorstellen Vielleicht kennt die ein oder andere diese Teile hier Eigentlich kennt die fast jeder, aber das war heiß wie scheiße, wirklich Wir hatten hier so Matratzen und so Ey, es sah so Panne aus, war wirklich die Feier des Tages Jeder aufgewacht um 10 Uhr oder so oder früher Um 7, glaube ich sogar Und ey, um 5 war das erste Mal Um 5, um 5, wisst ihr, ne? Genau, um 5 hatte Kiran sein erstes Mal Oh, man, es ist 3 Oh, man, es ist 3 Wir sind schon wieder hier Geh weg, Mann, geh weg, Mann, geh weg, Mann Digga Das gute Alkohol Das gute Alkohol Der gute Alkohol Auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Vlog Man sieht mich locker So, das war es das mit dem Mach mal, jetzt sind fax im Schlaf jetzt Mach mal Irgendwann, tschöner mal Halt, was ich fresse, Junge Sagt der mit den 2000 Euro aus Ah, nur weil du bei 51 hast Und hoch abgehoben ist, oder was? 51? Kannst du bei 51 lieber höher erzählen, ja? Junge, Alter, sorry mit deinen 56, 57, Alter, Leleck Guck mal, du leistest dir sogar immer meine Kamera raus Immer Und du heulst die ganze Zeit rum So, ja, ich hab viel mehr Abos als ihr Mach mal mehr Videos, ihr halt alles Lappen und so Ja, du weißt ganz genau, dass du nichts bringen wirst Weil du es nicht kannst Check deine Abos mal Du bist so ein Lappen Und du checkst das nicht mal, Alter Ja, nur weil du jetzt denkst, dass du was erreicht hast Alter, du hast auch nichts erreicht Nur mit deinen Lappen 56 Abos, Alter Denkst du, wer ist der krasseste, oder was? Nein, ey Alles Joke Wisst ihr Bescheid Wie gesagt Abonniert meinen Kanal Checkt Henry ab Checkt die anderen ab Urgen und so Meine ganze Gang Und ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Video Habt rein Ciao Und das kann ich gleich Abschennsteckungen Juppa Jobs Produkte bei Kieran Reze Link im Video Ciao Ciao Aber keiner will was wagen Mach dir keine Sorgen Wir sind nur zu zweit Alle wollen hier raus Aber keiner will was wagen